so ich will noch mal was gucken gerade ob das jetzt noch mal eine quest ist wir können ja noch switchen ich weiß nicht was anführerin der jägerin töten was für die anführung der jägerin ja komm mal her ich bin hier wirst du mir jetzt sagen was hier los ist meine schwester wie es das gesetz vorsieht ist die zeit meiner prüfung gekommen wir müssen sie jetzt oder die und dann die ich will die wahrheit für jede generation ihre was soll das bedeuten besiege mich in einem kampf und tod und werde zur anführerin der töchter der 8 und du wirst zu einem niemand für uns anführerin töte mich die töchter der artemis werden deine verbündeten sein die götter brachten uns für diesen moment zusammen wofür du dich auch entscheidest es gibt kein zurück ich kann nicht ich dachte wir wären freundinnen das ist der weg meines volkes ich mache die regeln nicht ich folge dem willen der göttin ich schätze unsere freundschaft aber artemis und die tradition scheiße auf die tradition ich nehme nicht das leben einer frau die ich respektiere und bewundere die ich würdest du die götter der art beleidigen vom ersten moment an spürte ich etwas zwischen uns hast du es denn nicht auch gefühlt warum tust du das es bringt mich um daphne nein ich widersetze mich artemis nicht auch wenn es mir das herz bricht ich leistete einen schwur aber daphne ich werde ich nicht brechen aber geh und komm nie wieder wenn doch werde ich dich töten doch der artemis artemis haben sie haben sie verschont mehr weniger trotzdem egal naja wieso bin ich im level 50 ich bin mal weg ich mach mal ja feuerabend ne tschüss ich wollte sagen würde ich einmal nicht angreifen gut ok ja wir hätten es vielleicht nicht machen können weil das ja quasi eine welt ist wo wir eigentlich noch gar nicht hätten sein müssen mit level 49 ok dann gehen wir mal woanders hin ja es war schon immer die richtige entscheidung zu sagen ja wir lassen sie leben ich muss noch gerade woanders hin noch schnell hier kommen wir mal wieder aber nicht jetzt ach so wir wollten das anders machen genau wir wollten noch andere quest machen das war genau der weg dahinter wir reisen auf die adas her und machen die andere quest ich muss etwas überlegen wir haben ein paar minuten wir haben ja eigentlich schon eine quest gemacht wir haben ja die mit der ich dings gemacht dass wir die verschont haben das war ja mehr oder weniger die quest aber wir machen etwas anderes warte mal ich habe eine idee die selten sind die jetzt wieder hin dürfen wir auch noch gar nicht auf dings sein heute mal kurz ich muss was gucken die war die war dass die euch haben was sieht denn schon wieder hin was sie denn schon wieder hingedackert hier ist die hier auf den dings wir lassen es einfach jetzt kann man sagen wo ist zählt noch und noch und dann wollen wir feiern für heute jetzt 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 Die machen wir nämlich. Ach, Alter, wie schnell bist du denn? Du bist aber schnell vorbei. Ich befürchte, dass wir jetzt schon wieder an der Stelle sind, oder? Ich glaube, warte mal. Du bist nicht so gut wie ich. Du bist nicht so gut wie ich. So, dein komisches Döte ist tot. Ja, ich bin nicht so gut. Ja, ich bin nicht so gut. Oh! It's not good! Oh! Oh! Ja, komm her! Der hat's für nichts drauf! Oh! Der ist ein Misting! Okay Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich die Rute ab... Oh! 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 Anliegen! Noch gestriffen. Oh, lauf mir! Komm, nimm alles, was du hast! Komm, nimm alles, was du hast! Oh, ich werde jetzt kurz damit abgeschlossen. Was ist denn der Mikro? Ich habe die getötet. Jo, die ist getötet worden, ne? Oh! 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 Ich hab die jetzt fast, ne? Oh! 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 Erledigt. So, das war's. Gut, nächste Folge geht's weiter. Wir haben jetzt quasi drei Kürze in einer gemacht. Ich hab jetzt an einem Tag gemacht. Passt so. Tschüss.